Bei dem Dicken habe ich mich vielleicht gar nicht mal so schlecht angestellt. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt, in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Mit einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert hat, seinen Grund. Hey. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Runter mit der Waffe. Alter. Was ist denn das Hande? Jetzt gebe ich die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Thomas, leille ich an. Komm schon! Kommit. Okay. Ist es? Joel? Ja. Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Ja, das ist bösartig entzündet, der Scheiß. Alter, das muss so böse wehtun. Schau mal los. Was ist jetzt mit der Medizin? Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joel. Das sind die Tüben, oder? Oh, Scheiße. Sie sind hier. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Ich bin bald wieder wegzulockt. Ihm geht es ein bisschen besser, oder? Also, hat die Politiker schon ein bisschen was gebracht zu haben. Lauf. Sind wir sicher, dass ich hier ist? Mann, auf der verdammten Straße sind Pferdespuren. Siehst hier. Hey, ich habe sie! Bewege deinen Assi! Worauf sagst du? Hey, schieße sie! Aber David hat gesagt, ich schieße sie! Schieße sie doch ab! Ah, solche Assis, ganz ehrlich. Okay, schnell weg hier. Scheiße! Was für die Hölle wollen die von uns? Ja, irgendwie wollen wir uns interessieren. Lass sie nicht durch! Sie sind auch super, wie sie auf dem Debit hören. Alter, wie viel Sinn denn das? Hey, runter mit dir. Drecksack. So. Alter! Ist unglaublich. Sie sind einfach noch das kleine Kind. Sie hört ab! Sie können mich echt umbringen. Sieht so aus. Was für alle wollen die? Kommt und holt mich, ihr Arschlöcher! Hier lang? Ja, komm mal. Oh, ist das über. Wo ist das über? Wo ist das über? So. Alter! Oh, das fährt. Oh Mann. Nein. Scheiße! Fuck, aber ich muss halt weiter. Sie ist den Abhang runtergefallen. Aber ich will sie nicht. Kann ich jetzt einfach runterlaufen und entdecken, die mich da... Ich probiere einfach mal wegzukommen, hier. Scheiße. Okay, rein hier. Kommt die jetzt hinterher? Also, ich sehe erstmal keinen. Und hier nehme ich mal mit. Gucken gleich, wie sieht es denn aus. Okay. Nachladen. Toll. Wenn er zwei Controller quietscht, dann mal... ...ja, Taste vom Controller quietscht. ...ja, ich mache erstmal noch Medi-Kit. So. Sehr gut, noch Nagelbombe. Kann ich gleich noch eine machen. Das war halt in mir. So, hier ist nichts mehr drin. Ach, warum sind hier wirklich alle Menschen feindselig? Wirklich alle. Scheiße. Ganz ruhig. Die sehen mich jetzt schon. Ich hätte vielleicht doch schon mal ein bisschen eher rausgehen sollen. Scheiße. Da ist einer. Da noch einer. Hier ist sie! Scheiße! Meine Fresse! Dann hätten wir... Dann hätten wir auch. Arschgeigen. Schriftflinder ist sehr, sehr gut. Ich könnte fast wie ein Medi-Kit gebrauchen, ey. Da kommt noch einer. Wo ist er? Da. Dann noch mehr. Nee, nur der eine. Fuck, der kommt jetzt. Messer! Okay, dann so halt hier. Dammit, 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 dammit! Komm weg mit dem Typen. Alter. Okay, ich muss Medi-Kit nehmen. Krass, wie es sich werden können, ey. Das ist unglaublich. Noch mehr? Und schon der nächste. Ich muss mich da irgendwie mal verstecken können. Ich werde nicht... Oh, das... Hat schon wieder nicht geklappt, ey. Ich hätte einfach nur schleichen sollen, ja. Alles cool gewesen. Aber egal. Das ist so übel, ey. Wie wir alle einfach mit dem Messer niederstechen hier. Kommt noch mehr? Oh, da darf ich jetzt ja mal rausgehen. Da kommt vom Bogen. Wiegt noch was? So, alles mitnehmen. Das geht hier erst mal. Brauchen unbedingt mehr Zeug. Ah, sehr gut. Schokuriegel. Kann man gebrauchen. Auch alles mit. Guck mal, der See. Sieht schön aus. Ich habe eigentlich keine Zeit, uns das anzugucken, aber ich bin ganz kurz. So, werde ich mal schauen. Ist jetzt nichts mehr? Was zu essen? Ist immer wieder voll unter mir. Oh, Alter, Alter, Alter. Was war das? Hey, wer ist da? Scheiße. Ich kotze. Das sind vor allem übelst viele. Plankieren! Ach, beam, 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 beam. Ich muss erst mal den erledigen. Kommst du mal? Ja, aber gegen einen lohnt sich das doch nicht. So, den habe ich. Ach, das brauche ich gar nicht probieren. Das treffe ich nicht. So, den habe ich. Okay, mir reicht es jetzt. Dafür wirst du bezahlen. Das ist ja schon wieder im Kreis gelaufen. Jetzt schnappe ich mir jetzt so. Der muss ja eigentlich jetzt auf der... Okay. Okay, er sieht uns jetzt. Okay, er sieht uns. Geh mal, geh mal bitte ins Frauenklo, da darf er nicht rein. So, hier sind wir sicher. Hier kann nichts passieren. Ich habe einfach die Flasche in die Hand, heute in den Nichel. Ganz einfach. Kommt er jetzt? Da ist er. Na, werf doch mal, werf doch mal! So, Messer. Jetzt habe ich ihr Leben verloren, aber scheiß drauf. Haben wir jetzt mal die Animation gesehen. Machen wir die Kit. Ja, ist ein bisschen Verschwendung gerade, die ich hier betreibe, aber egal. So, und schon nochmal wieder drei. Ja, das sind zwei Stück. Ja, so. Hinden wir. Den Bogen werde ich mal austauschen mit der Schrudi. Wieso quietscht dieser scheiß Knopf? Ey, unglaublich. Der Controller ist, äh, weiß ich nicht, zwei Monate alt. Ich wollte nochmal gucken, ob die in irgendwas fallen lassen haben. Ja, hier guckt man. Wunderbar. Sehr gut. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020